Tag zusammen, die Heute Plus hier. Der Atomdeal mit Iran ist eine Art weltpolitisches Beruhigungsmittel. Iran verpflichtet sich damit, zehn Jahre lang keine Atomwaffen zu entwickeln. Und alle anderen bleiben erstmal entspannt. Das ging gut, solange die Dosis stimmte dieses Beruhigungsmittels. Der US-Präsident musste das Abkommen alle drei Monate bestätigen. Die Vereinigten Staaten sind ja sowas wie der entscheidende Vertragspartner in der Sache. Allerdings verkündete Donald Trump heute, das Abkommen kippen zu wollen. Das ist noch keine Kündigung, aber der Druck auf Iran wächst damit. Und die Nervosität weltweit natürlich auch. Heike Slansky berechtet. Das könnte tatsächlich den Anfang vom Ende für das internationale Atomabkommen bedeuten. Klar, es sind natürlich auch noch andere beteiligt, Deutschland und China zum Beispiel. Aber für Iran geht es dabei natürlich vor allem um die USA und natürlich auch um die Sanktionen von amerikanischer Seite, vor denen sie das Abkommen bewahrt hat. Für Trumps Worte gab es Lob von israelischer Seite. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nannte den Schritt eine mutige Konfrontation. In der EU wird das kritischer gesehen. Man könne Iran auch anders unter Druck setzen, also ohne das eigentlich erfolgreiche Atomprogramm anzutasten, hieß es. Iran selbst will trotz allem an dem Abkommen festhalten. Rouhani sagte in einer Fernsehansprache, es sei solider, als Trump denke. Bleibt die Frage, worum geht es eigentlich nochmal konkret? Bobby Chirian fasst zusammen. Bleibt die Frage, worum ihm es denn dann geht, die ich mal direkt weitergebe an unseren Washington-Korrespondenten Ulf Röller. Schönen guten Tag dorthin. Viele sehen ja in dieser Rede die Neuauflage eines Trump-Klassikers mittlerweile. Außenpolitisch Stärke zeigen, wenn es innenpolitisch eher schwach läuft. Stimmt das in dem Fall überhaupt? Und das war das Thema des Tages. Ein anderes ist eigentlich immer eins. Die Renten in Deutschland. Die sind zwar so gut wie sicher, kann man sagen, aber oft fallen sie auch unanständig klein aus. Kein Wunder, dass Altersarmut inzwischen etwas ist, vor dem sich viele im Land fürchten, berechtigterweise. Auch im Wahlkampf kam das natürlich zur Sprache. Und da wurde dann oft gesagt, die anderen, also die Niederländer, die Österreicher, die bekommen das viel besser hin. Ob das stimmt, hat Sven Klaas stichprobenartig für uns überprüft. Ich habe gerade mal gefragt, ob das ein gutes Modell ist, wie die Österreicher das machen. Also wenn alle dann in die Rentenkasse einzahlen, auch die Beamten und die Selbstständigen, und dann am Ende eben auch mehr rauskommt für alle, weil eben mehr einzahlen. 500 Euro im Schnitt pro Person oder pro Rentner als in Deutschland mehr. Und ja, alle stimmen mir zu. Also zumindest in dem kleinen, abgeschotteten Kreis unseres Streams hat das Thema eine große Mehrheit. Mehr zum Thema arme Rentner, reiche Rentner gibt es bei Plan B, so heißt die Dokumentation, die morgen dort kommt, am Samstag, also um 17.35 Uhr. Oder wann immer ihr wollt, in der Mediathek natürlich. Und jetzt zur Frage, was es heute sonst noch Wichtiges in der Welt gab. Der Schriftsteller Dogan Akanli wird nicht von Spanien an die Türkei ausgeliefert. Das hat die Regierung in Madrid beschlossen. Akanli kann damit in der kommenden Woche nach Deutschland zurückkehren. Er lebt seit über 25 Jahren hier, war aber im August im Spanienurlaub nach einem türkischen Fahndungsaufruf festgenommen worden. Unter anderem, weil er an einem Raubmord beteiligt gewesen sein soll. Er selbst glaubt an eine politische Motivation. Akanli hat in seinen Romanen immer wieder den Völkermord an den Armeniern thematisiert. Nach dem Pisa-Schock wurden die deutschen Schüler immer und immer besser. Aber heute bekamen die Viertklässler ein schlechtes Zeugnis. Sie schreiben und sie rechnen schlechter als die Viertklässler vor fünf Jahren noch, sagt eine Studie. In Mathe schneiden Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt noch am besten ab. Schlusslichter der Studie sind Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bremen. Eine Erklärung dafür ist unter anderem die Zuwanderung. Inzwischen hat rund jedes dritte Kind einen Migrationshintergrund in Deutschland. Damit gibt es in den Klassen mehr Kinder, die zu Hause kein Deutsch sprechen zum Beispiel. Und jetzt aus der Reihe ein Freitag ohne Tierbabys ist möglich, aber sinnlos. Die hier, die haben uns heute echt die Laune versüßt. 36 Panda-Babys, die im Speisekartenbekannten Sechuan in China ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten. Sie sind allesamt noch kein halbes Jahr alt, machen die Aufzuchtstation aber schon mächtig, stolz und glücklich. Denn das chinesische Nationaltier gilt als stark gefährdet und ist außerdem noch viel Geld wert. Zum Beispiel als Leihgabe an ausländische Zoos. Haben wir auch schon ein paar. Und von den Panda-Produktionsstätten zu einer ganz besonderen Spezies hierzulande. Menschen, die Containern steigen in Mülltonnen hinter Supermärkten, um dort das Essen rauszuholen, das ohne wirklich triftigen Grund weggeschmissen wurde. Weil es zum Beispiel ein bisschen schrumpelig ist oder schon über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Das kostet nichts, außer Überwindung natürlich. Für viele ist das dann noch ein bisschen zu hart. Und für genau die mit schwächerem Magen hat Raphael Fellmer, der sich fünf Jahre ausschließlich aus Containern ernährt hat, eine Geschäftsidee entwickelt. Lisa Jandi hat ihn getroffen. Und weil die Frage gerade aufkam, den Tafeln entgeht dadurch übrigens nichts. Die können sowieso nur einen Bruchteil der Lebensmittel überhaupt abholen, die weggeschmissen werden sollen. Und dieser Supermarkt ist dann auch was für die Leute ohne Bedarfsschein, die trotzdem nicht so viel Geld haben oder eben eine Menge gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln haben. So. Zeit für ein neues, kompliziert auszusprechendes Wort. Ich versuch's mal. Triscaideka-Phobie. Die Angst vor der Zahl 13. Wie viele Phobien hat sie wenig mit einer echten Bedrohung zu tun. Aber bei dieser Mischung aus Aberglaube und Angst machen dann doch erstaunlich viele mit. Heute zum Beispiel wurden wieder viele vergessene Schlüssel und umgekippte Kaffeetassen diesem Datum angelastet. Freitag, dem 13. nämlich. Das ist rätselhaft, aber nicht völlig unerklärlich, weiß Sandra König. Schönster Satz übrigens über Aberglauben, den ich mal von einem Hufeisenbesitzer mitbekommen habe. Das hilft auch, wenn man nicht dran glaubt. Genau so ist es. Das war's von uns. Das war's für heute und für diese Woche. Ich sag tschüss bis Montag. Da ist allerdings Daniel Brockhoff wieder. Da fällt mir gern ein. Tschüss. Das war's für heute.